Sehen wir Edson Alvarez bald in der Bundesliga. Laut der Bild ist das Ganze gar nicht mal so unwahrscheinlich, denn die haben ihn jetzt zum einen mit dem BVB in Verbindung gebracht, als möglicher Bellingham-Nachfolger, aber eben auch schon Mitte der Woche mit dem FC Bayern München, die eben Bedarf auf der 6er-Position haben und da wäre eben Edson Alvarez auch eine mögliche Option. In diesem Video gehe ich einfach mal kurz darauf ein, ob und inwiefern er zu den Klubs passt und das Ganze mache ich anhand seiner Spielweise, seinen Stärken und Schwächen, mit denen wir jetzt zunächst einmal beginnen. Edson Alvarez kommt aus Mexiko, ist dementsprechend mexikanischer Nationalspieler, ist eben bei Ajax im Mittelfeld als 6er gesetzt bzw. musste diese Saison auch das ein oder andere Mal als Innenverteidiger aushelfen. Er ist Rechtsfuß und 1,87 Meter groß und aktuell 25 Jahre alt. Sein Vertrag läuft noch bis 2025 und sein Marktwert beträgt 35 Millionen. Also er wäre, so wie man hört, so für ca. 40 Millionen zu haben, wäre also für beide Klubs zu finanzieren, auch wenn das Ganze natürlich eine stolze Summe wäre. Alvarez Stärken liegen vor allem in der Defensive, also da läuft er die Räume gut zu, hat extrem gute Zweikampfwerte, hat auch ein gutes Stellungsspiel und ist vor allem auch extrem kopfballstark. So ist er eben offensiv bei Standards extrem torgefährlich, wenngleich er sich im eigenen Ballbesitz jetzt nicht unbedingt offensiv einschaltet und da er wenig Beitrag offensiv liefert. Aber sein Aufbauspiel ist extrem gut. Er ist meiner Meinung nach extrem pressing-resistent und kann da auf jeden Fall den ein oder anderen progressiven und guten Pass spielen und würde somit auf jeden Fall der Mannschaft helfen, die ihn verpflichten wird. Betrachten wir zunächst einmal einen möglichen Transfer zu Borussia Dortmund, so muss ich persönlich sagen, dass er nicht unbedingt dem Profil entspricht, das man holen sollte, nachdem Bellingham eben wahrscheinlich weg sein wird. So ist Alvarez von seinem Profil her, von seinen Fähigkeiten meiner Ansicht nach Emre Can viel zu ähnlich. Ich blende euch hier mal seinen FB Ref Bericht der letzten 365 Tage ein. Links von Alvarez, rechts von Emre Can. Und ja, man sieht, Alvarez ist in allen Bereichen deutlich besser. Das liegt aber vor allem daran, dass er zum einen in der schlechteren Liga bei einem besseren Top-Klub spielt, also im Vergleich zum Rest der Liga und dass Alvarez eben nur mit den Top-8-Ligen verglichen wird, während Emre Can mit den Top-5-Ligen hier verglichen wird. Aber wenn wir jetzt nur mal schauen, wo sind ihre Stärken und wo sind sie nicht so stark, dann ähnelt sich das Ganze doch schon recht deutlich. Und ich habe das Ganze auch nochmal auf Soccer Man, einer anderen Plattform verglichen von den beiden, also ihre Statistiken. Und das sehen wir auch an sich von allem extrem ähnlich. Alvarez hingegen ist im Kopfballspielen ein bisschen besser und im Verteidigen deutlich besser. Aber das liegt glaube ich vor allem daran, dass Alvarez zuletzt extrem häufig Innenverteidiger gespielt hat und da muss man halt einfach noch viel mehr Defensivaktionen machen und deshalb ist es hier deutlich höher. Aber rein an für sich betrachtet sind die zwei Spieler sich vom Profil her auf der 6 viel zu ähnlich, meiner Meinung nach. Auch von der Physis sind beide ähnlich präsent und ich glaube zusammen würden sie nicht unbedingt funktionieren. Klar wäre es vielleicht cool, beide zu haben, aber ich finde, wenn man da dann so viel Geld ausgibt, wie es ja für Dortmund wäre, ich glaube das wäre der Rekordtransfer für 40 Millionen, dann sollte man meiner Meinung nach jemanden holen, der vom Profil her dann doch besser reinpasst und er jemand ist, nach dem man Bedarf hat. Denn ich würde eher einen Achter holen, wie es eben Bellingham war, beziehungsweise er hat ja fast schon eher Zehner gespielt. Ich würde einen Achter mit Offensivdrang holen, der aber seine Defensivaufgaben nicht so arg vernachlässigt, also Defensiv ein bisschen mehr wie Bellingham mitmacht, aber dennoch einen guten Offensivoutput hat, was Alvarez meiner Meinung nach nicht mitbringt. Und da werde ich auch in den kommenden Tagen noch ein Video hochladen mit meinen Top 10 Kandidaten als Bellingham Nachfolger, wo dann aber nur Achter dabei sein werden, die eben dem genannten Profil von mir gerade entsprechen. Gehen wir dann hinüber zu den Bayern und schauen, ob denen Alvarez weiterhelfen würde, dann muss ich zunächst einmal sagen, rein vom Profil her ist er genau das, was man sucht. Ein Defensivsteiger Sechser, der eben hinter Kimmich die Räume schließt und alles abräumt, was eben auf die Bayern-Defensive zurollt. Und genau das ist eben Alvarez. Da ist halt eben die Frage, inwiefern nutzt man Leimer, der ablösefrei kommen wird. Der könnte Sechser spielen, aber eben nicht ganz auf dem Niveau mit der physischen Präsenz, wie eben ein klassischer Sechser wie Alvarez zum Beispiel. Also Alvarez rein an für sich wäre auf jeden Fall gut. Sollte man nun genau Alvarez verpflichten, dann muss ich sagen, es gibt auch noch andere Alternativen, wie eben einen Ugarte oder einen Schuao Palinja, die eben auf ähnlichem Niveau, mit ähnlichem Profil wie Alvarez agieren. Dennoch muss ich sagen, Alvarez wäre definitiv eine gute Option. Für 40 Millionen wäre er auf jeden Fall für einen soliden Preis zu haben für die Bayern. Die haben eben dementsprechend mehr Geld wie Dortmund zur Verfügung und haben eben auch einen gewissen Bedarf auf der Position, da eben ein klassischer Sechser fehlt. Ich habe jetzt auch beispielsweise das niederländische Pokalfinale erst vor kurzem gesehen. Da hat ja eben Alvarez gespielt und ich muss sagen, da hat er mich extrem überzeugt, auch wenn sie verloren haben am Ende, war er extrem zweikampfstark und vor allem pressing-resistent, was beispielsweise ein Sangaré, der auf der Gegenseite bei PSW Eindhoven gespielt hat und ja auch ein Kandidat auf der Sechs für die Bayern sein soll, nicht unbedingt gehabt. Der ist zwar defensiv vielleicht noch einen Ticken stärker, auch physisch präsenter, aber hat jetzt nicht das ganz krasse Passspiel und da muss ich sagen, ist Alvarez deutlich besser und passt meiner Meinung nach auch deshalb eher zu den Bayern. Räumt zwar defensiv alles ab soweit mit einer physischen Präsenz, aber hat halt eben auch einen feinen Fuß und kann gute Pässe spielen, sei es im Aufbau oder dann eben auch weiter vorne. Abschließend muss ich sagen, ich würde dem BVB von einer Verpflichtung von Alvarez abraten. Den Bayern würde ich auf jeden Fall sagen, dass sie es machen können, wenn sie nicht eine andere Option auf der Sechs verpflichten, aber man sollte auf jeden Fall einen Sechser verpflichten und Alvarez wäre dabei eine von mehreren guten möglichen Lösungen. Das soweit meine Einschätzung zum Gerücht, dass Edson Alvarez in die Bundesliga wechselt. Was sagt ihr zu einem möglichen Transfer? Sollte er eher zu Dortmund oder doch eher zu den Bayern wechseln? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!